Was ist das Matthäus-Evangelium? Und wir beginnen damit neu und darum eignet es sich auch gerade gut, dieser Moment, um auch noch ein Medium mehr zu benutzen. Viele haben ja die vergangenen Bibelklassen auf YouTube nachgehört, aber nur als Audioaufnahme und jetzt machen wir ganz neu auch noch mit Video. Aber das muss niemand beunruhigen, es ist ganz klar Regel, die Kamera richtet sich auf mich und eure Identität ist geschützt, so wie es sich gehört. Also, heute beginnen wir mit Matthäus und ich würde vorschlagen, wir lesen gleich Kapitel 1 vor. Darf ich jemanden bitten, der uns laut und deutlich den Text vorliest? Das ist ja das Wichtigste, das Wort Gottes, das ist das inspirierte Wort Gottes und das ist auch in Predigten wichtig, dass man den Bibeltext gut und strukturiert und damit auch besser verständlich vorliest. Und wenn dann die Predigt daneben geht, das kann es ja mal geben, dann kann man immer noch am Schluss sagen, die Worte, die du, Bruder, am Anfang gelesen hattest, die waren so wunderbar. Das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 1, Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Judah und seine Brüder. Judah zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Peres zeugte den Hetzron, Hetzron zeugte den Aram. Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Nachschon. Nachschon zeugte den Salmon. Salmon zeugte den Boaz mit der Rahab. Boaz zeugte den Obed mit der Ruth. Obed zeugte den Isaai. Isaai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte den Rehabeam. Rehabeam zeugte den Abia. Abia zeugte den Asa. Asa zeugte den Josaphat. Josaphat zeugte den Joram. Joram zeugte den Usia. Usia zeugte den Jotham. Jotham zeugte den Ahas. Ahas zeugte den Hiskia. Hiskia zeugte den Manasseh. Manasseh zeugte den Amon. Amon zeugte den Josia. Josia zeugte den Jehonja und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jehonja den Shealtiel. Shealtiel zeugte den Serub-Babel. Serub-Babel zeugte den Abihut. Abihut zeugte den Eliakim. Eliakim zeugte den Asor. Asor zeugte den Zadok. Zadok zeugte den Achim. Achim zeugte den Eliud. Eliud zeugte den Eliasar. Eliasar zeugte den Matan. Matan zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus. Vielen Dank. Es ist ja so, dass wir nicht nur ein Evangelium haben im Neuen Testament, auch nicht zwei, auch nicht drei, sondern gleich deren vier. Und da stellt sich zunächst mal die Frage, warum haben wir im Neuen Testament vier Evangelien? Was würdet ihr antworten, wenn das jemand als Frage stellt? Das Prinzip mehrerer Zeugen. Wir haben hier das Prinzip mehrerer Zeugen. Also, dass eben, dass nicht nur von einem Mann bestätigt ist, was hier steht, sondern gleich von vier Zeugen. Aber warum genau vier? Warum nicht nur zwei Zeugen? Das ist die Frage. Ja, gut, wir können das mal aufnehmen, dieses Stichwort Zeugen, und wir lesen diesen Grundsatz vor Gericht, das juristische Prinzip aus 5. Mose 19. Kann das jemand vorlesen, bitte? 19, Vers 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten, wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, wegen irgendeiner Verfehlung, die er begeht. Nur auf zweier Zeugen Aussage oder auf dreier Zeugen Aussage hin, soll eine Sache hin gültig sein. Also, im alten Israel von Gott so belehrt, galt der Rechtsgrundsatz vor Gericht mindestens zwei Zeugen, damit man ein Zeugnis als wahr annehmen kann. Und besser wären natürlich drei. Darum zwei oder drei. Nun haben wir aber mit den Evangelien vier Zeugen und das ist eben zwei mal zwei. Also, ein überaus glaubwürdiges Zeugnis soll damit gegeben werden. Nun, man könnte sich fragen, ja, aber andere Bibelbücher, die haben wir auch nicht in vierfacher Ausführung. Sagen wir, die Apostelgeschichte, die die ersten drei Jahrzehnte des Christentums beschreibt. Warum haben wir hier dieses überaus glaubwürdige Zeugnis in den Evangelien? Ihr könnt... Ja, weil es sich um Jesus Christus, den Sohn Gottes, handelt und wir haben es hier zu tun mit dem Höhepunkt der gesamten Heilsgeschichte. von Ewigkeit zu Ewigkeit beziehungsweise von der Schöpfung im Anfang, 1. Mose 1,1 bis hin zu dem neuen Himmel und der neuen Erde, Offenbarung 21. Das ist der absolute Höhepunkt, als Gott selber in diese Welt kam und Mensch wurde. Und das hätte ja noch niemanden gerettet, denn das Kommen von Jesus Christus als Mensch in diese Welt, das hat eigentlich noch mehr bewiesen, wie verloren wir sind. Denn wenn wir sein Leben anschauen in den Evangelien, dann zeigt das erst recht, wie weit wir von Gott weg sind. Also, sein Leben, kann man sagen, ist wie ein Scheidevorhang. Aber eben, als der Herr Jesus starb, wurde der Scheidevorhang zerrissen. Und das ist der Punkt, er wurde Mensch, damit er schließlich als Mensch für Menschen sterben konnte, um uns den Weg zu Gott zu öffnen. Und das zeigen uns alle vier Evangelien. Und so ist es eben hier von Gott vorgesehen worden, es soll ein überaus glaubwürdiges Zeugnis sein, zwei mal zwei. Und es ist so, dass jeder Evangelist einen anderen Hauptpunkt im Auge hat. Was wäre, jetzt einfach ohne zu beweisen, einfach als Behauptung, das besondere Anliegen der Botschaft von Matthäus? Jesus Christus ist der König für Israel. Ja? Ja? Da kommen wir auch noch drauf, es ist ja so, es wurde gesagt, für die es nicht gehört haben, Matthäus zeige Jesus Christus als das Schuldopfer. Und das stimmt, wie wir noch sehen werden, es ist eben so, im Judentum, das heißt in der Tora, im Wort Gottes, da werden uns vier verschiedene blutige Opfer vorgestellt, in 3. Mose 1-7. Das Brandopfer, das Friedensopfer und das Sünd- und Schuldopfer. Und diese vier Opfer zeigen vier verschiedene Seiten des Opfertodes des Messias, der nach Jesaja 53 einmal kommen sollte, um all diese Opfer zu erfüllen. Und wir werden sehen, diese vier blutigen Opfer, die kann man genau den Evangelien zuweisen. Also, Matthäus beschreibt das Schuldopfer, Markus das Sündopfer, Lukas das Friedensopfer und ganz eindeutig Johannes das Brandopfer. Aber da haben wir schon ein bisschen weit vorgegriffen. Aber ein schöner Punkt. Jetzt Matthäus Jesus Christus ist der König. Markus? Jesus Christus ist der Knecht. Und stellt man fest, das ist genau der Kontrast. Also, eine höhere Karriere als König zu werden, das geht nicht. Ja, schon Präsident von Amerika ist was, ja, aber König von Amerika, das wäre noch was anderes. Ja, denn als Präsident nach vier Jahren, ja, manche wünschten nach vier Monaten, aber nach vier Jahren kann man schon wieder weg sein, je nachdem. Aber als König ist das anders vorgesehen. Der kürzlich verstorbene König von Thailand, der hat doch 70 Jahre geschafft. Der war 70 Jahre König von Thailand. Also, König und der absolute Kontrast ist der Knecht im Markus Evangelium. Und was ist das Anliegen von Lukas? Das Lukas Evangelium betont, Jesus Christus ist wirklich Mensch geworden, also der vollkommene Mensch wird da gezeigt, darum, Lukas wurde geschrieben von einem Arzt. Und Ärzte sollten ja Spezialisten sein für Menschen. Und genau um diese Geburt Jesu und übrigens auch die Jungfrauengeburt Jesu zu beschreiben, wählte Gott einen Arzt. Nicht irgendeinen, der nicht aufgeklärt war, ja? Das ist der Punkt. Und der verstand schon was, wenn er das so geschrieben hat. Und das Johannes Evangelium, was ist die Botschaft? Gott war der Menschen so. der Sohn Jesus Christus, der Sohn Gottes und es wurde hier auch gesagt, der ewige Gott. Und sieht man den Kontrast? Mensch und der Kontrast Gott. Ein Mensch ist ein Mensch. Ja? Und da muss man sich als Mensch bewusst sein, wie klein wir als Menschen sind vor Gott. Und etwas Höheres gibt es gar nicht, als Gott zu sein. Also da fällt uns schon auf, da ist ein gewisses Schema drin. König, Knecht, Mensch, Gott. Ja? Also zwei Evangelisten betonen die Erhabenheit von Jesus Christus in seiner höchsten Stellung und zwei betonen seine Herrlichkeit in seiner Erniedrigung als Knecht und als Mensch. Und da stellen wir bereits fest, oh, die Evangelien bilden so Zweiergruppen. Ja? Zwei beschreiben seine höchste Stellung und zwei beschreiben seine Stellung in der Erniedrigung. und wir haben ja gesehen, Minimum ist zwei Zeugen, aber wir haben hier zweimal zwei Zeugen. Nun, können wir uns auch noch fragen, was waren eigentlich diese Evangelisten? Waren das alles Apostel? Schon, das kam wie ein Maschinengewehr. Wie viele waren Apostel? zwei Apostel und zwei neutestamentliche Propheten. Ja, also, es gab zwei Apostel und zwei neutestamentliche Propheten. Welche sind Apostel? Matthäus und Johannes. Das waren zwei der Zwölfe. Zwei aus der Gruppe der erwählten zwölf Apostel. Übrigens im Blick auf Israel. Die zwölf Stämme Israels. Darum waren es zwölf und der Apostel Paulus wurde ja auserwählt als Apostel für die nichtjüdischen Völker. Darum gab es also diese zwei Gruppen von Aposteln, eben die zwölf für Israel und Paulus für die Heidenvölker, für die Nationen. Gut, also Matthäus und Johannes sind Apostel, aber Markus eben nicht. Lukas auch nicht. Aber beide waren neutestementliche Propheten, das heißt inspirierte, von Gott inspirierte Schreiber, die von den Aposteln anerkannt waren. Und enge Mitarbeiter von Petrus und Paulus. Und so ist es nämlich, Petrus hat, das haben wir durch Überlieferung aus der frühchristlichen Zeit, hat das Markus-Evangelium speziell bestätigt, als Markus das abgefasst hatte. Hat er von dem Apostel Petrus die apostolische Bestätigung bekommen und dieser Petrus nennt übrigens Markus in 1. Petrus 5 meinen Sohn. Das heißt im Glauben. Also das zeigt auch, dass er eine ganz spezielle Beziehung hatte zu ihm, so wie Paulus von Timotheus sagt, er sei sein Sohn, weil er eben durch ihn zum Glauben kam. Ja, also die Apostel haben die anerkannt, Petrus ganz ausdrücklich das Markus-Evangelium und Paulus anerkennt das Lukas-Evangelium als inspiriert. Wo sieht man das? Ja, wie die Schrift sagt, und wo sagt die Schrift, wie die Schrift sagt? Ja, schlagen wir auf. 1. Timotheus 5 Da zitiert der Apostel Paulus zuerst das Alte Testament und zwar die Tora und sagt, die Schrift sagt, der übliche Ausdruck im Judentum, um die Heilige Schrift zu zitieren. Lies uns jemand vor, 1. Timotheus 5 Verse Vers 18, das reicht. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Jawohl. Also, hier zitiert er zuerst 5. Mose 25, 4. Die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Und dann fügt er ein zweites Zitat hinzu, was die Schrift sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wo steht das im Alten Testament? Nirgends. Wo steht es? In Lukas 10, Vers 7. Ja, fällt einem auf. Das Lukas Evangelium wird auf die gleiche Stufe gestellt wie die Tora, die 5 Bücher Mose. Und das zeigt, da musste nicht irgendein Gremium später ein Konzil beschließen, das Lukas Evangelium, das gehört zum Neuen Testament. Das war von Anfang an klar, denn es war apostolisch anerkannt. Der Apostel Paulus hat das anerkannt. Und ganz wichtig, in Epheser 2, Vers 20, dort steht, kann uns das jemand vorlesen? Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Ja, es geht im Zusammenhang um die Gemeinde, gesehen als ein Tempel, Gottes, der wächst und von diesem Tempel wird es gesagt, also von der Gemeinde, von der Kirche, sie ist aufgebaut auf das Fundament, auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Das ist die Basis der Gemeinde. Das, was die Apostel von Jesus Christus gelehrt haben. Und der Jesus sagt in Matthäus 10 zu den Aposteln, Wer euch aufnimmt, nehmt mich auf. Wer euch verwirft, verwirft mich. Also man kann nicht sagen, ja, ich glaube Jesus Christus, aber das Neue Testament und die Apostel, nein, das geht nicht. Wer die Apostel Jesu Christi ablehnt, lehnt damit auch den Herrn ab. Der Herr hat ihnen seine Autorität gegeben und darum sagt Epheser 2,20, die Gemeinde ist aufgebaut auf das Fundament der Apostel, das neben diese 12 und Paulus und Propheten und damit sind gemeint die neutestamentlichen Propheten wie Lukas, es gibt noch mehr, Propheten, die keine Apostel waren. Ich glaube Paulus war Apostel und Prophet, Johannes auch, denn er hat ja die Offenbarung auch geschrieben, nicht nur das Johannesevangelium. Aber eben es gab andere Schreiber, die waren nur Propheten, nämlich Judas, der Halbbruder des Herrn, der den Judasbrief geschrieben hat und Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hat und Markus. Markus war eben auch kein Apostel, sondern anerkannter Prophet. So haben wir also vier solche Apostel und darum war das ganz entscheidend, nie musste in der Kirchengeschichte durch ein Gremium bestimmt werden, welche Bücher zum Neuen Testament gehören. Der Kanon, so nennt man die Sammlung der biblischen Bücher, die zur Heiligen Schrift gehören, die Sammlung musste nicht beschlossen werden, sondern erkannt werden. Also die frühen Christen, die mussten ganz genau nachweisen können, dass all die Briefe von Paulus tatsächlich von Paulus sind. Dass das Johannesevangelium, die Johannesbriefe, die Offenbarung tatsächlich von Johannes dem Apostel war. Und darum hat man akribisch diese Dinge belegt und alle anderen Bücher, die anerkannt waren, mussten eben von Propheten geschrieben sein, die ihrerseits von den Aposteln anerkannt waren. Und das war die Basis für Markus Lukas Evangelium, Jakobus Brief, Judas Brief. Also der Kanon wurde nie beschlossen und das ist ganz wichtig, denn wie der ständig behauptet, ja die Kirche hätte im 4. Jahrhundert in einem Konzil bestimmt, das sind die Bücher, die 27 Bücher des Neuen Testaments. Das ist ein historisches Märchen. Keines der ökumenischen Konzil hat den Kanon festgelegt. Und wenn ich sage ökumenische Konzil, muss ich erklären, was das heißt. Ökumenisch heißt jetzt nicht dasselbe wie heute Ökumene, ja, sondern Ökumene kommt von Griechisch Eukumene, der Erdkreis. Das waren Konzilien, die Vertreter hatten aus den Kirchen damals, weltweit. Ja, und es gab solche ökumenischen Konzilien wie das Konzil von Nicea, wo festgehalten wurde, die Bibel lehrt, Jesus Christus ist dem Vater gleich. Oder das Konzil, das ökumenische Konzil von Konstantinopel 382, Nicea war 325, Konstantinopel 382, der Heilige Geist ist nach der biblischen Lehre Gott. Das waren Bekenntnisse der ökumenischen Konzilien, aber keines der ökumenischen Konzilien hat quasi in einem Konzilbeschluss den Kanon festgelegt. Da kommt einer, aber doch, in Hippo 397, da wurde doch die Kanonfrage besprochen. Korrekt, aber Hippo war kein ökumenisches Konzil, sondern ein lokales. Das hatte keinen Einfluss auf die ganze Christenheit. Und trotzdem hat die Christenheit im Weiteren die 27 Bücher akzeptiert. Ob das jetzt eine katholische Bibel ist oder eine protestantische, da gibt es nicht das Problem mit den Apokryphen. Das ist ein anderes Problem, dass das Konzil von Trient im Zug der Gegenreformation die Apokryphen verbindlich zu Gottes Wort gemacht hat. Aber die sind in katholischen Bibeln eingeschoben nach dem Alten Testament. Aber jetzt reden wir vom Neuen Testament. Da gibt es das Problem nicht in dieser Art zwischen katholischer Bibel und protestantischer Bibel. Und jetzt die Frage, warum ist die Christenheit so weit weit gehend, einig über diese 27 Bücher? Woher kommt das? Ja, es wurde ja nicht bestimmt. Ja, weil die Argumente so stark waren, dass das Schriften sind der Apostel und der von ihnen anerkannten Propheten. Ja, das war jetzt so ein kleiner Exkurs zum Thema Markus und Lukas. Sie waren Propheten. Also haben wir zweier Gruppe und zweier Gruppe. Apostel zwei, Propheten zwei. Jetzt können wir aber noch mehr solche zweier Gruppen erkennen. Matthäus war ja ein Augenzeuge. Der war ja ein Jünger, der mit dem Herrn gereist war. Und wer war auch noch so ein Augenzeuge? Johannes. Aber mit Markus ist das anders. Der war ja nicht einer der Zwölfe. und Lukas auch nicht. Nun, Lukas schreibt auch, wie er das Evangelium verfasst hat. Und zwar ist er vorgegangen wie ein Historiker, weil er nicht sagen kann, ich war Augenzeuge, der alles so erlebt hat, den öffentlichen Dienst des Herrn erlebt hat, wie Matthäus. Nein, liest jemand vor, Lukas 1, 1-4. Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Hier sagt Lukas, er ist den Augenzeugen nachgegangen und er hat also die Zeugnisse von vielen zusammengesammelt. Er selber ist ein Zeuge durch Nachforschung, aber er ist ein Multiplikator, denn er hat viele Augenzeugen zusammengefasst. die sind in seinem Evangelium gewissermaßen wiedergegeben. Und Markus, wie schon gesagt, er hatte eine ganz besondere Beziehung zu Petrus, also hatte von ihm eine erstklassige Bezugsquelle. Aber nicht nur das, in Jerusalem gab es eine Gemeindezusammenkunft im Haus seiner Mutter. Apostelgeschichte 12, Markus heißt ja mit vollem Namen Johannes. Markus und da lesen wir in Apostelgeschichte 12 12,12 ja, genau. Kann das jemand vorlesen am Mikrofon? Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Ja, also es geht im Zusammenhang um Petrus, der im Gefängnis war, befreit wurde und dann zur Gemeinde, die für ihn gebetet hatte, dann kam, um seine Befreiung zu erzählen und eben diese Gemeinde war zusammen im Haus der Maria, der Mutter des Johannes, Markus. und dadurch hatte Markus natürlich Kontakt mit all den erstrangigen Augenzeugen der ersten Zeit des Christentums und das bringt er zusammen in seinem Evangelium. Und so haben wir also zwei Evangelisten, die sind Augenzeugen und zwei sind Historiker, die durch Nachforschung viele Augenzeugen zusammengefasst haben. Aber auch das gibt wieder eine Zweier und eine Zweier Gruppe. Und jetzt einfach mal als Behauptung, aber da werden wir dann später im Matthäusevangelium immer wieder Gelegenheit haben, darauf zurückzukommen. Es gibt zwei Evangelisten, die schreiben die Dinge ganz genau in der zeitlichen Abfolge. Alle schreiben es in einer bestimmten Ordnung, aber nicht alle strikt nach einer zeitlichen Abfolge. Die grobe Abfolge ist überall zeitlich, ja, aber das Material wird manchmal nach anderen Gesichtspunkten zusammengesetzt und so können wir sagen, im Markus Evangelium, da geht es ganz strikt darum, um den zeitlichen Ablauf. Auch die Passionswoche, also die Woche von Palmsonntag bis dann zur Kreuzigung und zur Auferstehung, die wird ja in den Evangelien ganz besonders ausführlich behandelt. Ich habe das mal ausgerechnet, es sind etwa 32% der Evangelien beschreiben diese Woche. Wow! Ein Drittel der Evangelien beschäftigt sich nur mit einer Woche. Nicht wahr, wenn man sagt, die Evangelien sind Biografien von Lebensbeschreibungen von Jesus Christus, von seiner Geburt bis zu Tod und Auferstehung. Ja, ist das schon in einem gewissen sind korrekt, aber da wird sehr stark fokussiert auf diese letzte Woche. Ja, die ist so wichtig und nur im Markus Evangelium sieht man genau die zeitlichen Angaben, so dass man weiß, was ist am Sonntag geschehen, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Auferstehung Sonntag. Das kann man im Matthäus Evangelium nicht gleich erkennen, weil das eben nicht so im Vordergrund steht. Die Chronologie hat man bei Markus und auch das Johannesevangelium ist ganz strikt chronologisch. Also zwei, die haben es in strikter zeitlicher Abfolge geschrieben, ihr Evangelium und zwei haben es nach anderen inhaltlichen Kriterien zuweilen geordnet. Auch wieder zwei und zwei Gruppen. Übrigens, was wir schon gesehen haben, die Evangelien Matthäus und Markus zeigen den König, den Knecht als Kontrast, Lukas den Menschen und Johannes Gott. Jetzt kann man sagen, zwei Evangelisten beschreiben eine Herrlichkeit, die der Herr Jesus von Ewigkeit her hatte. Und zwei beschreiben eine Herrlichkeit, die er erst durch die Menschwerdung bekam. Wer beschreibt eine ewige Herrlichkeit? Johannes? Das ist einfach, weil Gott ist von Ewigkeit her, genau. Und der ewige Sohn ist. Von Ewigkeit her Gottes Sohn ist. Ja, und welches Evangelium noch? Matthäus, warum? Weil er König ist. Ja, seit wann ist Jesus Christus König? Ja, seit eigentlich schon immer von Anfang bis in der Ewigkeit, also er war immer König, als Gott. Ich glaube nur, was geschrieben steht. Beweise es mir. da steht einfach, dass er König ist, aber von Ewigkeit her. Wo? Ja, also schlagen wir auf, Jeremia 10. Das kann man sich gut merken, Jeremia 10, aber der Herr Gott ist Wahrheit. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Also, das ist klar. Matthäus beschreibt den ewigen König und Johannes beschreibt den ewigen Gott, den ewigen Sohn. Nun, Knecht war der Herr Jesus nicht von Ewigkeit her. Denn Philippa 2, Vers 5 sagt ja gerade, dass Christus Jesus es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst erniedrigte, indem er Knechtsgestalt annahm. Also, er war Gott gleich. Jetzt sehen wir das, was das Konzil von Nizäa 325 bekannt hat, das war nicht eine menschliche Erfindung. das ist genau das, was die Bibel lehrt, dass er eben Gott, den Vater, gleich war in seiner Gottheit. Das ist ein wichtiger Punkt, die Reformatoren. Und wir stehen ja gerade ein paar Tage vor dem großen Jubiläum, 500 Jahre Reformation, 31. Oktober. Die Reformatoren, die haben ja ganz klar den Grundsatz aufgezeigt, Sola Scriptura, allein die Schrift, nicht die Päpste, nicht die Kardinäle, nicht die Konzilien, nicht die Tradition hat Autorität, sondern nur die Heilige Schrift. Und darum haben die Reformatoren, die Konzilien als Autorität abgelehnt. Aber die haben gesagt, wir glauben das, was auf dem Konzil von Nizäa bekannt wurde. Aber nicht, wir glauben es nicht, weil die das bekannt haben und das Konzil das so als Konzilsbeschluss akzeptiert hat, sondern wir glauben es, weil das in der Heiligen Schrift steht. Und sie sagten, wir glauben das, was das Konzil von Konstantinopel bekannt hat, der Heilige Geist ist Gott. Aber wir glauben es nicht, weil ein Konzil das gesagt hat, sondern weil das der Heiligen Schrift entspricht. Und darum haben sie alle weiteren Konzilsbeschlüsse, die gegen die Bibel waren, haben sie schlichtweg verworfen. Das ist der Punkt, man muss nicht das Kind mit dem Bad auswerfen, ja? Nur weil ein Konzil etwas beschlossen hat, ist es schon falsch, nein. Man muss schauen, stimmt es mit der Bibel überein? Okay, dann akzeptieren wir das, aber nicht, weil das Konzil das gesagt hat, sondern weil es die Bibel sagt. Und wenn ein Konzil etwas sagte, das eben gegen die Bibel ist, dann muss man es ablehnen, denn nur die Heilige Schrift hat Autorität. Ja, also, jetzt haben wir gesehen, Jesus Christus, Gott gleich und er wurde Knecht. Er hat Knechtsgestalt angenommen. Philippe 2, Vers 5 bis 11 zeigt das. Der Herr Jesus hat sich erniedrigt und so nahm er diese Herrlichkeit als Knecht an, indem er Mensch wurde. Und jetzt versteht man auch, warum der Herr Jesus sagt im Johannes-Evangelium, der Vater ist größer als ich. Das sagt er als Mensch, der sich als Mensch erniedrigt hat, als Knecht, aber in seiner Gottheit ist er dem Vater gleich. Übrigens in Zacharia, können wir das kurz aufschlagen, 13, Vers 7, da haben wir eine messianische Weissagung und liest jemand Zacharia 13, Vers 7. Wach auf, Schwert, gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscharen. Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Jawohl, also da sagt Gott, der Vater, Schwert erwache wieder meinen Hirten, das ist der Messias, der gute Hirte, und dann heißt es, und wieder den Mann, der mein Genosse ist, spricht der Herr der Hirscharen, und das Wort Genosse auf Hebräisch, Amit, mein Genosse, Amiti, Amit heißt im Hebräischen der Gleichgestellte, ja, das Wort Am, Im, das drückt das aus, dass das auf der gleichen Ebene stehen, und so nennt Gott, der Vater, den Messias, mein Gleichgestellter, also mit Fug und Recht könnte man übersetzen, mein Genosse, oder mein Gleichgestellter, ja, also, der Jesus hat sich erniedrigt, wurde Knecht, Markus Evangelium, und er wurde Mensch, und als Mensch hat er sich in die Begrenzung hineingegeben, ja, als Mensch war der Herr Jesus nicht allgegenwärtig, ja, wenn er in Jerusalem war, war er nicht gleichzeitig bei den Menschen überall auf der Erde. Als Mensch war er an einem bestimmten Ort, also als er in Bethlehem geboren wurde, da war er in Bethlehem und nicht in Jerusalem. Und als die Eltern das Kind, das wir einen Monat später nach Jerusalem brachten, in den Tempel, dann war er in Jerusalem und nicht in Bethlehem. Als Mensch, ja, seine Gottheit hat er ja nie aufgegeben. Und darum sagt zum Beispiel Johannes 3, Vers 13, der Herr Jesus spricht mit Nikodemus in Jerusalem und er sagte, niemand ist hinaufgestiegen, oder der hinaufgestiegen ist, der auch hinabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Das sagt der Herr Jesus zu Nikodemus, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. In seiner Gottheit war er natürlich gleichzeitig im Himmel, aber als Mensch hat er sich in die Begrenzung gegeben und auch, was das, was die Weisheit anbetrifft, wir lesen in Lukas 2, können wir das aufschlagen, das wirklich zu unterstreichen, wer liest Lukas 2, Vers 40? Das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Also, er war ein richtiges, bleib nur, er war ein richtiges Kindlein, wuchs und er starkte. Und dann Vers 52 Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Er nimmt zu an Weisheit. Also, er musste auch lernen. Er musste auch in die Synagogenschule gehen, in Nazareth, um Schreiben und Lesen zu lernen, wie das üblich war bei den kleinen Jungs. Und so ist er gewachsen, aber gleichzeitig war er der allwissende Gott. In seiner Gottheit. Aber als Mensch hat es sich wirklich eine Begrenzung gegeben und jetzt versteht man auch, wie das möglich ist, dass der Herr am Dienstag vor Karfreitag auf dem Ölberg den Jüngern sagt, von jenem Tag und jener Stunde weiß niemand, als nur der Vater allein und auch nicht die Engel und auch nicht der Sohn. Ja, als Mensch wusste er zu dem Zeitpunkt nicht das Datum seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Aber das hat eben damit zu tun, dass er sich so erniedrigt hatte und wirklich Mensch wurde. Und der Hebräerbrief umschreibt das sehr, mit sehr erstaunlichen Worten, was das bedeutete für den Herrn Jesus. Können wir aufschlagen? Hebräer 5, Vers 8, obwohl er Sohn war an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Ja, da wird gesagt, Jesus Christus, obwohl er Sohn war, lernte den Gehorsam. Er fragte sich, wie geht das? Lernen? Würde das bedeuten, dass er einen inneren Widerstand gehabt hätte, zu gehorchen? Nein, überhaupt nicht. Er hat seinen Jüngern sagen können in Johannes 4, es ist meine Speise, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und er konnte auch später im Johannes-Evangelium sagen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Es war seine Freude, den Willen Gottes zu tun, sagt Hebräer 10. Aber, weil er als der ewige Sohn nie gehorchen musste, er war Gott, dem Vater gleich und dem Heiligen Geist gleich. Aber als er Mensch wurde, hat er diese Erfahrung als eine ganz neue Erfahrung kennengelernt. Und so hat er den Gehorsam gelernt. Aber nicht so wie wir. Wir mussten Gehorsam lernen. es gibt verschiedene Methoden, ja. Und ja, aber da war schon einiges an Widerstand bei uns vorhanden. Das war bei einem Herrn nicht so. Er hat Gehorsam gelernt, weil er sich eben bewusst in diese Stellung der Abhängigkeit begeben hat. Und dann noch etwas. Zwei Evangelisten beschreiben eine Herrlichkeit, die mit dem Sein, mit dem Wesen seiner Person zu tun hat und zwei beschreiben eine amtliche Herrlichkeit. Welche zwei Evangelisten beschreiben etwas, was sein Wesen ausmacht? Gott? Johannes? Ja. Also Gott. Gott ist Gott, ja? Das ist sein Wesen. und Mensch ist man ja als Wesen, ja? Es gibt keine andere Identität für mich als Mensch. Ich bin kein Affe. Ich kann vielleicht so reinschauen, wie, aber ich bin kein Affe. Ich bin Mensch, das ist mein Wesen. Aber wenn jemand König ist, das ist nicht sein Wesen, ja? Sondern das ist eine eben eine amtliche Herrlichkeit, ja? Die weltliche Presse, die bewundert, wenn wieder ein Royal Baby auf die Welt kommt oder erwartet wird, ja, sogar wenn es erwartet wird, das Royal Baby wird da groß umschrieben und diese adlige Dame schwebt im Mutterglück, oh, wenn sie das auch von ganz normalen Frauen auch so beschreiben würde in den Medien, das Mutterglück, ja? Und wie wunderbar, wenn man eben ein Baby, nicht einfach einen Fötus im Bauch hat, ja? Aber es muss ja nicht unbedingt ein Royal Baby sein, damit es etwas Wunderbares ist, worauf man wartet, aber eben, die sind ja nicht wesensmäßig königlich, sondern, ja, aus geschichtlichen Faktoren sind halt diese Familien eben königlich geworden, ja? Aber im Prinzip könnte man aus jedem einen König machen, wenn man wollte, ja? Also, das ist eine amtliche Herrlichkeit, König und genauso mit Knecht, ja? Ein König könnte wählen, ich will nicht mehr König sein, ich will ein Knecht sein, ja, aber da muss er nicht sein Wesen ändern, das ist einfach seine amtliche Stellung, die er ändert. Und so beschreiben also zwei Evangelisten eine Herrlichkeit, die das Wesen des Messias beschreiben und zwei eine amtliche Herrlichkeit. Wenn man sich jetzt die Mühe machen würde, alle diese Zweiergruppen, die wir jetzt in fast einer Stunde zusammen erarbeitet haben, aufzuzeichnen, dann würde auffallen, oh, es gibt alle möglichen Zweierkombinationen. die mit vier möglich sind, ja, Matthäus mit Johannes oder Matthäus mit Markus und Johannes mit Lukas, ja, alle möglichen Kombinationen und das zeigt eben, dass diese Evangelien eine literarische Einheit bilden. Und zwar eben eine Gruppe von zwei und zwei Zeugen, die so miteinander verwoben sind. und diese Struktur würde kaputt gehen, wenn wir fünf Evangelien hätten, ja, und sie wäre auch kaputt mit drei Evangelien. Es braucht wirklich diese vier Evangelisten. Und das Alte Testament kündigt in, ja, jetzt kommen wir doch auf diese Stelle, Jerry, in Zachariah 9, den Messias genauso an, wie Matthäus ihn beschreibt, liest uns vor, Zachariah 9, Vers 9. Eben, es steht nicht ewiger König da, aber es steht etwas, etwas ganz Schönes da. Frohlocke laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König wird zu dir kommen. Gerecht und ein Retter ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Genau, also hier, siehe, dein König wird zu dir kommen. Genau das ist das Thema des Matthäus-Evangeliums. Und er zeigt die Erfüllung. Jerusalem, Zion wird hier mit dieser frohen Botschaft bedacht, siehe, dein König wird zu dir kommen. Matthäus zeigt, ja, er ist gekommen. Und das Markus-Evangelium, das wird, diese Botschaft wird auch von Zacharja umschrieben in Kapitel 3, Vers 8. Kann das jemand vorlesen? Ja, kann das kann das wie Zacharja 9, 9 von den Rabbinern in ihren alten Schriften auf den Messias gedeutet wurden, so geschah das auch mit Zacharja 3, Vers 8. Also, wenn man mit orthodoxen Juden diskutiert, spricht das von dem Messias, dann kann man jede Diskussion schon mal so auf die gleiche Ebene bringen, indem man zeigt, die Rabbiner haben auch gesagt, das ist der Messias. Wer liest Zacharja 3, Vers 8b, denn siehe, höre doch Joshua, du der hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie, ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spruss genannt, kommen lassen, denn siehe, der Steig, danke, also, die Botschaft ist hier, siehe, ich will meinen Knecht kommen lassen, das ist genau das, was Markus uns zeigt, das ist die Erfüllung, was ich da in diesem Evangelium beschreibe, der Knecht angekündigt, und sieht man, beide Male das Wort siehe, das kommt ja in der Bibel oft vor, im Alten und im Neuen Testament, das Wort siehe, und das wird eingesetzt, um die Aufmerksamkeit des Lesers auf einen Punkt ganz besonders zu erwecken, dass man also mit den inneren Augen der Aufmerksamkeit eben auf etwas schaut, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, alles ist wichtig in der Bibel, aber mit Hinné wird die Aufmerksamkeit noch besonders geweckt, siehe dein König, siehe, mein Knecht wird kommen, und er wird hier übrigens Spross genannt, da kommen wir in Matthäus 2 nochmals darauf zurück, vielleicht kurz vorweg, Jesus Christus wuchs auf in Nazareth, und darum wurde er genannt, Jesus der Nazaräer, und nicht Jesus der Bethlehemeter. Er wurde in Bethlehem geboren, aber lebte die die meiste Zeit in Nazareth, und Nazareth kommt eben von einem Wort Näzer, Spross. Also, wenn man sprach im ganzen Land von Jeschua Hanotzri, Jesus der Nazaräer, Nozri, das heißt der Spross, der Mann aus Sprosslingen, ja, und das war vorausgesagt, der Messias wird Spross genannt werden, aber das war eine Überraschung, wie sie das erfüllt hat, eben mit dieser Herkunftsbezeichnung Jesus von Nazareth, Jesus der Nazaräer. Und dann lesen wir noch in Zachariah 6, Vers 12, auch da haben die Rabbiner geschrieben in ihren Kommentaren, das ist der Messias. Und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr, der Herrscharen, siehe ein Mann, dessen Name Spross ist, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Ja, wieder, siehe, aber hier heißt nicht der König, nicht der Knecht, sondern siehe ein Mann. Und das ist das Thema vom Lukas-Evangelium. Das könnte man am Anfang über das Lukas-Evangelium als Titel setzen, siehe ein Mann, sein Name ist Spross. Es geht um den Nazaräer. Und schließlich, bevor wir in die Pause gehen, nach Jesaja 35 Vers 4 Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, da ist euer Gott, Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Ja, also siehe euer Gott, er selbst kommt. Das könnte man über das Johannes-Evangelium schreiben. Siehe euer Gott, er selbst kommt. Also, ganz wichtig, die Evangelien sind von Gott als eine literarische Einheit konzipiert. Jedes Evangelium hat eine besondere Botschaft und diese Botschaften sind aber miteinander unzertrennlich verwoben und zeigen alle den Messias im Alten Testament angekündigt und zeigen den Messias eben von vier verschiedenen Blickwinkeln aus betrachtet. Gut, dann machen wir doch jetzt Pause und dann mit Vollgas weiter zu gehen. Jetzt haben wir gesehen, das Matthäus-Evangelium stellt Jesus Christus vor als siehe, dein König kommt. Und nun der erste Vers, den wir bereits gelesen hatten, Buch des Geschlechts Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann folgt das königliche Geschlechtsregister von König David, von König Salomo und den jüdischen Königen bis zur Wegführung nach Babylon, als schließlich das jüdische Königtum ein Ende nahm. Dieses Geschlechtsregister ist ganz wichtig und das finden wir eben nur im Matthäus-Evangelium, nicht in Markus, nicht in Lukas, nicht in Johannes. Im Markus-Evangelium, dort kommt überhaupt kein Geschlechtsregister vor. Es beginnt mit einer ganz kurzen Einleitung von dem Dienst von Johannes dem Täufer und dann beginnt es gleich mit dem Dienst von Jesus Christus. Und Markus 1 beschreibt dann einen ganzen Tagesablauf des Herrn Jesus, wie er durch den Tag dient bis am Abend und es ist schon dunkel geworden und er dient weiter und dann geht es weiter am nächsten Morgen, noch bevor die Sonne aufgeht, ist er am Beten und bereitet den nächsten Tag vor. Diese Zusammenstellung findet man nur im Markus-Evangelium. Ich war ein Diener, wenn man einen Arbeiter einstellt in einer Firma, da muss man nicht fragen, waren sie wie ein Royal Baby, sind sie königliche Abkunft, das spielt doch überhaupt keine Rolle, Stammbaum, Herkunft ist doch nicht wichtig, wichtig ist, dass einer dienen kann. Und darum das Markus-Evangelium behandelt nicht die Geburtsgeschichte, nicht das königliche Geschlechtsregister, sondern beginnt gleich mit dem Dienst. Und man kann sagen, das Markus-Evangelium legt also ganz eindeutig den Akzent auf den Taten des Herrn Jesus. Wenn man das auszählt, alle Verse in den Evangelien, wo der Herr Jesus spricht, dann ist es ganz objektiv, dass im Markus-Evangelium der Herr Jesus am wenigsten spricht. Da könnte einer sagen, ja gut, aber das Markus-Evangelium ist ja auch das kürzeste Evangelium. Hat ja nur 16 Kapitel, Matthäus 28 und Lukas 24, wobei noch zu sagen ist, aber Lukas ist das längste überhaupt. Man muss eben nicht die Kapitel zählen, sondern die Verse. Und dann wird klar, dass das Lukas-Evangelium ist das längste aller Evangelien. Aber eben Markus ist das kürzeste von allen Vieren. Ja, aber das ist eben prozentual ausgerechnet. Also prozentual spricht die Markus-Evangelium am wenigsten. Und nun nochmals, man hat ein Bewerbungsgespräch mit einem Arbeiter in der Fabrik und da ist es ja nicht so, dass man dann fragt, ja, können Sie gut sprechen bei der Arbeit? Ja, sondern es geht darum, dass kann. Und so sind also im Markus-Evangelium ganz klar die Akzente gesetzt auf das Tun des Herrn Jesus und weniger auf sein Reden. Und nun also im Matthäus-Evangelium im Kontrast eben zu allen anderen Evangelien, da haben wir dieses königliche Geschlechtsregister. Man muss sich im Klaren sein, diese Geschlechtsregister, die hatte man in Israel bis ins Jahr 70 nach Christus. Da war es also im Normalfall möglich, für jeden Juden nachzuweisen, woher er kommt. Und das war auch sehr wichtig. Können wir mal kurz aufschlagen, 1. Chronika 9. 1. Liest jemand Vers 1 vor. Und ganz Israel wurde registriert und siehe, sie sind aufgeschrieben in dem Buch der Könige von Israel. und Judah wurde wegen seiner Untreue gefangen nach Babel weggeführt. Danke. In der alten Elbefelder ist es so übersetzt noch ein bisschen deutlicher und ganz Israel wurde im Geschlechtsverzeichnis verzeichnet. Also jeder Israelite wurde alttestamentlich eben in Geschlechtsregistern eingetragen und so war es ganz wichtig, dass man nachweisen konnte, woher man stammte. Nach der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft, das kann man nachlesen in Nehemiah 2, da gab es manche, die konnten ihr Geschlechtsregister nicht auftreiben. Und dann steht dort in Nehemiah 2, dass die als unrein ausgeschlossen wurden, bis dass sie ihre Linie nachweisen konnten. Also man musste nachweisen können, gehört man zum auserwählten irdischen Volk Gottes oder nicht. Das war entscheidend. Und diese Geschlechtsregister waren dann auch wichtig in Fällen, wenn jemand öffentlich auftrat. Zum Beispiel auch um zu Hause nachzulesen Ezra 7, das war nach der Rückkehr aus Babylon. Ezra trat auf als Bibellehrer in Israel und bevor seine Geschichte und sein Wirken beschrieben wird, wird genau erklärt, woher er kommt. Also Ezra 7, Abvers 1 wird beschrieben, wie er da hinaufzog ins Land Israel und dann wird erklärt, Ezra der Sohn Sereias, des Sohnes Asarias, des Sohnes Hilkias, des Sohnes Shaloms und so weiter. Sein Geschlechtsregister musste ihn ganz klar ausweisen als eben einwandfreier Israelit, um einen öffentlichen Dienst auszuüben. Und nun, im Jahr 70 nach Christus wurden diese Geschlechtsregister Verzeichnisse im Archiv von Jerusalem durch die Römer verbrannt. In diesem Krieg von 140 Tagen, in dem Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wurde und auch der zweite Tempel wurde zerstört. Da ging das verloren. Und von da an war es dann eben ein Problem, nachzuweisen, woher man war. Gut, gewisse Familien, die haben eine Überlieferung auf weitergeführt, es gibt sogar Juden heute noch, die können ihre Abstammung bis auf David zurück, aber das sind absolute Ausnahmen, zurück nachweisen. Aber die meisten können es nicht mehr und man muss ja wissen, bis ins Jahr 70 gab es alle zwölf Stämme im Land. Nicht nur der Stamm Judah und Benjamin und Levi, sondern auch die anderen Stämme, die waren alle vertreten, man bezeichnet sie alle als Juden, weil sie eben zu dem Königreich Judah gehörten, dass die Babylonier nach Babylon deportiert hatten und dann kamen diese Juden wieder zurück. Aber es waren alle zwölf Stämme da. Darum in Lukas 2, zum Beispiel die Prophetin Hannah wird ja dort ausgewiesen aus dem Stamm Aser. Die war so in zehn Stämmen. Und der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 26 zu Agrippa, unser zwölfstämmiges Volk, dient Gott Tag und Nacht im Tempel. Und der Jakobusbrief richtet sich ja an Messiasgläubige Juden, aber so Jakobus, Knecht Gottes und so weiter und dann sagt er den zwölf Stämmen in der Diaspora seinen Gruß. Also er schrieb an Juden, aber das waren die zwölf Stämme. Und darum das, was wir heute auch heute als Juden bezeichnen, das umfasst alle zwölf Stämme. Aber eben durch die Zerstörung der Geschlechtsregister im Jahr 70 ist das alles so vermischt geworden, dass man im Normalfall nicht mehr nachweisen kann, aus welchem Stamm man ist. Aber gut, gewisse Familien, die haben darauf geachtet und gerade solche aus dem Stamm Levi. Und darum, als dann die Familiennamen eingeführt wurden in der Geschichte, haben die dann eben Namen genommen wie Levi, Lewin oder in Amerika Levi, Levi und so weiter, Lewinsky. Die haben das eher so erhalten oder solche, die aus der Linie von Aaron waren, es gibt ganz viele Juden weltweit, die heißen Kohen. Und Kohen, das ist klar, das heißt Priester auf Hebräisch und die kommen aus der Linie von Aaron. Also diese Linie hat man ganz besonders versucht in der Tradition zu erhalten und heute kann man sogar im Gentest nachweisen, dass etwa 80% haben einen ganz speziellen Marker von den Kohen in den Genen, die sie ausweisen aus dieser Linie von Aaron. Ja und gut und dann gibt es auch sonst noch typische Familiennamen, zum Beispiel meine Großmutter hieß Fürst und das ist ein Name, der ist typisch für solche aus dem Stamm Levi, sagt das Diaspora Museum in Tel Aviv. Ja, also auch gewisse ganz unverdächtige Namen sind indikativ für Herkunft, aber die meisten wissen es nicht mehr und das ist aber wichtig zu wissen ich habe schon das Argument gehört ja die 144.000 in der Offenbarung das könnte sich ja gar nicht erfüllen die zwölf Stämme sind ja gar nicht gesammelt das müsste ja noch lange gehen bis der Herr kommt und bis die Offenbarung sich erfüllen könnte ach wo Gott weiß genau von allen Juden in Israel aus welcher Linie sie kommen er weiß wer geht zurück auf Manasse wer auf Ephraim wer auf Sebulon und so weiter und er wird diese zwölf mal zwölftausend wird er so erwählen also kein Problem das war jetzt nur ein kleiner Exkurs aber eben einfach um zu zeigen mit dem Jahr 70 kam eine große Wende aber bis zum Jahr 70 war der Nachweis möglich und darum dass Matthäus das Matthäus Evangelium geschrieben hat vor dem Jahr 70 und die früchstliche Überlieferung ist klar dass alle vier Evangelien vor dem Jahr 70 geschrieben wurden alles andere sind Behauptungen von bibelkritischen Theologen und wenn die etwas anderes sagen dann müsst ihr sie einfach zur Kasse bitten und sagen belegen sie mir das dass es so ist und dann merkt man es wird einfach behauptet die können das gar nicht beweisen was sie sagen aber wir haben historische Zeugnisse die uns klar machen Matthäus hat das Matthäus Evangelium geschrieben und eben das wurde geschrieben vor dem Jahr 70 und da hatte man eben noch die Geschlechtsregister und da konnten auch die Gegner nachprüfen nicht wahr das war ja eigentlich das gefährliche wenn das nicht die Wahrheit gewesen wäre was Matthäus und die anderen Evangelisten geschrieben hätten dann war das etwas gefährliches zu schreiben in der Zeit der Augenzeugen als man das Gegenteil noch beweisen konnte ja aber er veröffentlicht hier den Stammbaum und das wurde gar nicht infrage gestellt das interessante ist eben im Judentum im frühen Judentum gab es einen Kampf gegen die messiasgläubigen Juden wie das auch in der Apostelgeschichte beschrieben wird aber dieser Kampf war wesentlich ein ein physischer Kampf Verfolgung und es gibt keine Schriften die irgendwie Argumente bringen ja das stimmt gar nicht Matthäus sagt Jesus wurde in Bethlehem geboren dabei wurde weiß ja jeder er wurde in Nazareth geboren gibt es nicht und darum das ist ein ganz starkes Argument für die Glaubwürdigkeit der Evangelien dass die eben veröffentlicht wurden in der Zeit der Augenzeugen aber die Gegner mussten schweigen in diesen Punkten und eben bis ins Jahr 70 konnte man diese Archive überprüfen und darum werden dann sehen wenn wir durch das Matthäus Evangelium hindurch gehen der Jesus wurde in der Öffentlichkeit immer wieder genannt Sohn Davids wenn David ja wenn er nicht von David abgestammt hätte dann hätten die Pharisäer sofort eingegriffen wäre jemand sofort als unkompetent abgetan worden wenn sein Geschlechtsregister eben nicht einwandfrei war aber das wurde gar nicht bestritten die haben nie dagegen gekämpft er ist doch gar kein Sohn Davids das war das war das war eine Tatsache und das war öffentlich überprüft und darum hat dieses Geschlechtsregister eine ganz besondere Beweiskraft und eben weil es in Matthäus geht um den König wird hier das königliche Geschlechtsregister vorgestellt es ist zwar nicht das Abstammungsgeschlechtsregister nicht wahr denn diese Genealogie geht ja von Abraham Vers 2 auf David Vers 6 über Salomo immer noch Vers 6 und dann Vers 7 über Rehabiam Salomos Sohn und dann eben durch die Könige und runter bis sieht man Vers 16 Jakob und dann heißt es Jakob aber zeugte Josef den Mann der Maria und damit ist das eben das Geschlechtsregister von Jesus Christus weil Josef Maria geheiratet hatte und dadurch galt der Sohn von Maria als adoptiert von Josef und darum hatte der Herr ein Anrecht juristisch auf das königliche Geschlechtsregister und das gibt ihm als Mensch den Anspruch auf den Thron Davids gibt es bis dahin eine Frage und jetzt ja das ist so wahrer Mensch und wahrer Gott aber was ist genau Ihre Frage ach so ich werde ja dann zeigen dass eben Jesus Christus stammt von Maria ab als Mensch war er Mensch und Maria stammt auch von König David ab aber nicht über die königliche Abstammungslinie die königliche Linie die haben wir hier eben David Vers 6 und dann Salomo und Rehabiam und so weiter aber Maria ihr Geschlechtsregister wird in Lukas aufgeführt in Lukas 3 und das geht dann nach David über Nathan einen Bruder von Salomo eine ganz andere Linie bis eben auf Marias Vater Eli ja und darum ist wichtig Lukas der eben die wahre Menschheit des Herrn Jesus beschreibt er bringt er bringt das Abstammungsregister von Maria das seine biologische Abstammungslinie zeigt aber Matthäus zeigt nicht die biologische Abstammungslinie sondern er zeigt den juristischen Anspruch auf das königliche Geschlechtsregister ja und eben ich will damit nur sagen Matthäus macht klar Jesus Christus ist der König siehe der König darum muss er das dieses Geschlechtsregister hier vorstellen Ich werde dann später noch weitere Besonderheiten dazu erwähnen und auch das Geschlechtsregister von Maria werden wir noch genauer anschauen und auch den Beweis bringen dass Lukas das Geschlechtsregister von Maria wiedergibt aber nur mal soweit warum das Evangelium so beginnt also absolut einzigartig und es ist eben so wenn man die Evangelien studiert muss man ein Augenmerk richten auf die Punkte die man nur in einem Evangelium findet und so findet man heraus was die spezielle Botschaft des Evangeliums ist ich weiß es gibt viele Dinge die werden von allen vier Evangelisten berichtet oder von drei Evangelisten berichtet aber die die man kann das nennen Sondergut sind die sind wichtig um zu erkennen was die besondere Botschaft eines Evangeliums ist und eben dieses königliche Geschlechtsregister das ist Sondergut von Matthäus es geht um den König ich sage das nur aus dem Grund oft wird das so gesagt ja Matthäus beschreibt den König und wenn man dann fragt ja und wie sieht man das hat man immer so gesagt aber das ist gut wenn man das so weiß aber es ist aber es ist auch wichtig dass man dann versucht die Dinge auch zu belegen dass es nicht einfach Behauptungen sind ich habe das zum Beispiel auch so gemacht ich habe alle alle Wörter wie König Griechisch Basileus als König regieren Basileio oder Königlich und so weiter ausgezählt in allen Evangelien und was hat das gegeben Matthäus 78 78 mal Markus 32 Lukas 61 Johannes 21 nur schon statistisch mit den Wörtern also König und übrigens auch Königreich ja Basileia das Reich der Himmel das Reich Gottes ja auch ausgezählt und dann kann man statistisch zeigen natürlich ist das vorrangig ganz klar in Matthäus da geht es um den König das könnte einer sagen ja gut aber Markus ist natürlich das Kürzeste hat er nur 16 Kapitel ja aber ich habe es dann auch ausgerechnet auf die wirkliche Länge prozentual und es ist immer noch so Matthäus ist führend es geht es geht wirklich um den König und schauen wir noch mal in Kapitel 2 da greifen wir schon ein bisschen voraus liest jemand hier Verse 1 und 2 als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war in den Tagen des Königs Herodes siehe da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem die sprachen wo ist der König der Juden der geboren worden ist denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen ihm zu huldigen ja jetzt kommt hier diese Geschichte dieser Astronomen aus dem Morgenland die nach Jerusalem kommen um den König zu suchen wo findet man das diese Geschichte in den anderen Evangelien nirgends also es ist Sondergut von Matthäus und warum geht es hier die große Frage ist wo ist der König der Juden der geboren worden ist es geht um das Thema der König das wird auch wieder ganz deutlich und das Ganze hat hier politischen Sprengstoff in der Formulierung im Alten Testament wo findet man diesen Ausdruck der König der Juden Kreuzesüberschrift aber im Alten Testament der König der Juden ja ich weiß es gab ja diese Könige aus Judah wie Rehabiam und dann Abia Asa und wie sie alle heißen aber die werden nie genannt König der Juden den Ausdruck gibt es gar nicht aber geschichtlich finden wir den greifbar zum ersten Mal als der Senat von Rom einen gewissen Edomiter namens Herodes zum König der Juden ernannten das war so ein politischer Schachzug von Rom die haben den Juden die sie im Jahr 63 vor Christus unter ihre Herrschaft gebracht haben damals durch die Invasion der Armee unter Pompejus haben sie diesen Herodes aufgehalst ernannt vom Senat in Rom als König der Juden und er war da eben am herrschen als diese diese Sterngucker kamen und die fragen wo ist der König der Juden der geboren worden ist und merkt man den Zündstoff nicht der vom Senat in Rom dazu ernannt worden ist sondern der dazu geboren ist dazu in die Welt gekommen ist um eben König der Juden zu sein und dann versteht man dieser Herodes in Vers 3 als aber der König Herodes es hörte wurde er bestürzt außer sich was jetzt kommen diese Perser und und fragen nach dem König der Juden der geboren worden ist dabei bin ich ja vom Senat ernannt übrigens warum sage ich Perser hat jemand das Wort Perser gefunden was Magoi ja das Wort übersetzt mit Magier auf Griechisch Magoi ist im griechischen Text gar kein griechisches Wort Magoi ist Persisch und darum ist klar die kamen aus dem Morgenland und zwar aus Persien ja aber eben ich will einfach damit zeigen es geht hier um den König und dieser Herodes ist ja entsetzt und was macht er dann als Reaktion aus seinem Entsetzen heraus was ist seine Handlung wie noch nicht gleich liest ihr jemand vor wir haben das ja gar nicht gelesen Verse 3 bis 6 bitte Matthäus 2 als als aber der König die geringste die geringste unter den Fürsten Judas denn aus dir wird dein Führer hervorkommen der mein Volk Israel hüten wird ja jawohl danke also was macht Herodes jawohl also die schriftgelehrten in Jerusalem also die führende Elite der jüdischen Schriftkenner werden versammelt und er möchte wissen ja wie ist das eigentlich wenn der Messias kommt wo wird wo wird er geboren werden muss ich vorstellen diese Magier aus Persien die haben einen Stern gesehen einen neuen Stern und für sie war das klar das bedeutet der König der Juden ist jetzt da wir werden später darauf kommen woher kommt denn dieses Wissen aber das war für sie klar aber die wussten nicht wo er geboren ist und darum reisten die zunächst mal nach Jerusalem zur Hauptstadt und die fragten dort an der offiziellen Stelle bei Herodes der König war ja wo ist dieser neue König der Juden er muss ja da sein wir haben seinen Stern gesehen aber im Judentum war man eben damals nicht so sehr auf Sternbeobachtung aus die haben das alles verschlafen diese Heiden haben Dinge gesehen nachts die die führenden Schriftgelehrten in Jerusalem verschlafen haben aber die wussten sonst mehr die wussten aus den Schriften ja natürlich in Micha steht das dass der Messias aus aus Bethlehem kommt können wir ganz kurz aufschlagen die Stelle im Alten Testament in Micha 5 Vers 1 und du Bethlehem Ephrater du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah aber aus dir soll mehr hervorkommen der Herrscher über Israel werden soll dessen hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist danke jetzt ist es so in jeder Rabbiner Bibel hat man mit den größten Buchstaben im Text den hebräischen Text und daneben dann in etwas kleineren Buchstaben die aramäische Übersetzung den sogenannten Targum und dann mit noch kleineren Buchstaben die wichtigen mittelalterlichen Kommentare Bibelkommentare und mit noch kleinen Buchstaben die weniger wichtigen Kommentare also das ist also Studienbibel pur ja und jetzt können Sie irgendeinen orthodoxen fragen in deiner Rabbiner Bibel Mikra Od Gedolot nennt man die und die ist normalerweise in vielen Bänden aufgeteilt was steht da bei in den Kommentaren und im Targum zu Micha 5 1 schaut danach Targum und du Bethlehem Ephrata aus dir wird mir hervorkommen der Messias da steht es auf euren Mesh Mesh es steht in jeder Rabbiner Bibel das ist der Messias man muss wissen im Judentum hat man den hebräischen Text ganz stur abgeschrieben selbst wenn ein Rabbiner den Eindruck hatte da ist ein Schreibfehler hat er das nicht korrigiert sondern stehen gelassen denn es galt der Grundsatz schon im Altertum für die Abschreiber wer einen Buchstaben verändert ist ein Zerstörer der Welt und darum da ist man absolut stur aber bei den Übersetzungen fühlten sie sich ganz frei da konnte man auch Kommentare einfließen lassen ist ja nur eine Übersetzung nicht das Original und so ist eben im aramäischen Tagum sind oft so kleine Kommentare eingefügt und da steht als Ergänzung der Messias diese Tagum ging übrigens zurück auf die Synagoge im Matthäus Evangelium werden wir ja sehen wie der Jesus die verschiedenen Synagogen besucht und auch dort predigt der Synagogen Gottesdienst war so man las vor den bestimmten Abschnitt aus den fünf Büchern Mose und dann auch aus den Propheten und gleichzeitig gerade eben an den Orten wo nicht mehr alle im Land Israel zur Zeit Jesu gut hebräisch konnten da gab es den Meturgeman den Übersetzer und da hat man ein Vers vorgelesen aus dem aus dem aus der Tora und da musste er frei auf Aramäisch übersetzen so dass alle in der Synagoge rauskamen und das war in Jerusalem nicht nötig dort sprachen die Leute fließend hebräisch aber je nachdem auf dem Land in Galiläa gab es solche die konnten nicht fließend oder hebräisch und da brauchte es den Meturgeman und aus dieser Tradition des Übersetzens in der Synagoge sind dann diese Targumim in den Rabbiner Bibeln entstanden und diese Übersetzer haben dann eben nicht ganz wörtlich übersetzen müssen sondern die haben auch einen Kommentar noch eingefügt und darum steht in jeder Rabbiner Bibel dort das ist der Messias das ist völlig klar er muss in Bethlehem geboren werden und das war diesen schriftgelehrten und führenden Priestern damals klar und die haben das Herodes erklärt er muss in Bethlehem geboren werden übrigens heute ein bisschen Problem damit ja wenn man nach Bethlehem will muss man über den Checkpoint und ich rate niemandem an der der einen Israeli Pass hat darüber zu gehen es könnte gefährlich sein also und dort gibt es auch keine jüdischen Mütter ja die auf ihr Baby warten ja wie soll das wie soll das geschehen wenn man im Judentum im orthodoxen Judentum Jesus Christus als Messias ablehnt und wartet immer noch auf den Messias dann müsste also der Messias jenseits des Checkpoints geboren werden in dieser wirklichen Palästinenser Stadt da gibt es keine Juden in Bethlehem das ist schon ein Problem aber eben der Herr ist geboren worden in Bethlehem und Matthäus kann das bezeugen und er hat das bezeugt zu einer Zeit als die Augenzeugen noch lebten und die Gelegenheit hatten Rekurs einzulegen ja so muss man das nennen Rekurs einlegen aber die haben nicht Rekurs eingelegt weil die Sache klar war und der Jesus hat wirklich diese Prophetie aus Micha 5 erfüllt und aufgrund dieses Wissens haben dann diese Perser beschlossen ja dann gehen wir nach gehen wir nach Bethlehem also die kamen nicht auf die Idee man muss nach Bethlehem gehen sondern die bekamen eben diese biblische Information und dann gingen sie aber die Schriftgelehrten gingen nicht da die haben den Sternen verschlafen und dann haben sie zwar aus der Bibel gewusst aber die sind nicht nach der Bibel gegangen und die sind gegangen und wir wissen ganz genau wo wo war in Jerusalem der Palast von Herodes also wenn jemand nächstens nach Israel geht beim Jaffa Tor ja aber das ist nicht der Makabeer Palast der Makabeer Palast der stand im heutigen jüdischen Quartier ja dort dort bei dem Platz vor der Churva Synagoge aber der der Palast von Herodes der war am Jaffa Tor und das ist heute ein Museum das heißt Israel Museum nein Israel Museum ist in der Neustadt drüben das Jerusalem Stadt Museum das ist dort und da 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 muss man reinkommen an einen riesigen Turm vorbei Festungsturm das ist der Hippikusturm mit riesigen Bausteinen das war das einzige was was Titus der General im Jahr 70 von Jerusalem übrig ließ er ließ ja auch die Stadtmauer schleifen und dann sagt er aber diese drei Türme von Herodes die lassen wir stehen damit die Nachwelt sieht nur durch die Vorsehung war es möglich Jerusalem zu erobern und das sprach wie Hitler er sprach also von der Vorsehung aber heute noch zu sehen ist einer dieser drei Türme das ist der Hippikusturm Wahrzeichen des Herodes Palastes und dann geht man ins Museum rein in dem Innenhof da sieht man noch die Grundmauern des Palastes sind schön freigelegt da war das also wir können das ganz genau lokalisieren wo diese Magier hingekommen sind und dann beim Jaffa Tor muss man sich nach Süden wenden das ist der direkte Weg nach Bethlehem gehen wir da die Straße runter am Sultans Teich vorbei alles geradeaus zwölf Kilometer müssen wir in Bethlehem also wir können ganz genau den Gang dieser Perser verfolgen wie die dann ans Ziel gekommen sind und den Messias gefunden haben als Nichtjuden und das ist natürlich eine ganz besondere Pointe im Matthäusevangelium das wir noch sehen werden ganz speziell für Juden geschrieben worden war schaut mal und unter den ersten die den Messias wirklich erkannt haben das waren Nichtjuden das will schon was zu sagen und das ist eigentlich eine Vorwegnahme von dem was dann in den weiteren Jahrhunderten geschehen ist die große Masse in Israel hat den Messias nicht erkannt es war immer ein Überrest gut es waren schon zehntausende sagt Apostelgeschichte 21 im ersten Jahrhundert zehntausende der Juden die Glauben aber im zweiten dritten Jahrhundert ging die Zahl zurück und es war schwierig und das war ja auch dieses Leid von Luther Luther dachte jetzt jetzt haben wir eine solche Erweckung in Europa und so viele Nonnen und Mönche sind aus den Klostern rausgegangen weil sie die Gnade Gottes erkannt haben jetzt werden sich die Juden bekehren und das war dann so bitter dass er feststellte die waren überhaupt nicht aufgeschlossen für das Evangelium und darum hat er sich dann auch später so versündigt in seinen Aussagen aber eigentlich ursprünglich war das ein eifriger im Blick auf Judenmission der dieses Volk zum Messias führen wollte die Wende kam dann erst im 19. Jahrhundert als sich plötzlich viele viele Juden begannen zu bekehren und das hat doch angehalten bis heute aber so durch die Jahrhunderte hindurch war das eben ein Problem und das Matthäusevangelium zeigte immer wieder schaut mal die haben geschlafen und die wussten zwar aus den Schriften aber sie sind nicht mal gegangen das sollen wir nicht so machen aber schau mal und diese Heiden die fast nichts wussten die wussten nur was von dem Stern und einem König der Juden und die sind gegangen und sie haben den Messias gefunden gut jetzt wollen wir Schluss machen dann fahren wir nächstes Mal weiter werden noch einige Details sagen zum Geschlechtsregister dann auch zur Jungfrauengeburt und dieser Stelle Jesaja 7 auch zur Frage ist das richtig übersetzt Jungfrau da werden wir wichtige Argumente kennenlernen um auch da die Kritik zu widerlegen ja bitte ach so das hängt dann zusammen mit der Frage was wussten diese diese Stern Gucker aber ich kann es mal kurz vorweg nehmen in 4. Mose 24 Vers 17 zur Zeit von Mose sagt der prophetisch voraus Biliam ich sehe ihn der Messias aber er ist noch nicht gekommen ich schaue ihn aber nicht nahe also es wird noch ganz lange gehen und dann sagt er es geht ein Stern hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und das war eine Prophetie dass der Messias Israels das Zepter ergreifen wird und dass dabei ein Stern aufgeht und wenn wir daran denken das jüdische Volk wurde durch Nebuchadnezzar in die Babylonische Gefangenschaft geführt und am Ende der Gefangenschaft haben die die Perser Babylon übernommen und den Juden die Erlaubnis gegeben heimzukehren und da war ein ganz enger Kontakt zwischen Juden und Persern sind ja auch nicht alle zurückgekehrt sondern viele sind dort geblieben das wissen wir aus dem Buch Esther im ganzen Persischen Reich waren Juden zerstreut und soll das naheliegen weil die Perser sich eben für Sterne interessierten so wie auch die Babylonier dass die ihnen erzählt haben wir haben eine Prophetie in der Bibel wenn ein Stern aufgeht neu dann kommt der Messias und offensichtlich dieses wenige Wissen wurde im Heidentum dort in Persien bewahrt und als tatsächlich ein neuer Stern da war sind die aufgebrochen die brauchten etwa drei Monate also die waren nicht da als die Hirten kamen Lukas 2 nicht wahr das hat sich über größere Zeiträume erstreckt aber so drei Monate später konnten die frühestens da sein noch ein bisschen später gekommen und dann war also klar der König der Juden der geboren worden ist das ist der Messias und darum sofort die Frage wo wird der Messias geboren eben griechisch der Christus und die Antwort kommt weiß ja jeder Micha 5 ja wollen wir noch zum Schluss miteinander beten und dann